Weiter geht's! Geht's! Tja, da hinten, da gibt's ja bestimmt mal irgendwas. Was ist das denn? Es geht ja nicht umsonst hier rein, nein, da ist doch was Feines. Kann man wieder was Feines kaufen? Ja, ich würd sagen. Chaosfresser Stufenaufstieg, jawoll, ist voller Energie und destruktive, destruktive Kraft wird immer größer. Ja, so muss das sein. Okay, ein Versuch was wert. Aber immerhin haben wir so ein paar Seelen bekommen. Oh, komm wieder. Ach, das sind inaktive. Haha. Müssen wir erstmal da hin. Oh, komm wieder. Oh, komm wieder. Jawohl, jetzt könnte ich mal dieses... Boah, der geht mir ja tierisch auf den Sack, ey. Geht doch. Achso. Ja, Mann, ey. Jetzt verstehe ich das. Oben links die Anzeige, die wird ja rot, die steigt. Und dann können wir da irgendwann, wenn die voll ist... ...können wir... ...den rufen. Ja, ob wir das packen. Joa. Auf jeden Fall ist die Flinie jetzt irgendwie viel stärker. Das geht ab. Das geht ab. Hoi. Also von hier sind wir gekommen. Dann müssen wir also vorhören noch. Von hier. Das war's für heute. Oh, nein, 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 weg. Weg damit hier. Oh, nee, den mag ich gar nicht. Oh, nee, nein, weg. Oh, nee, weg. Shit, der. So, wie machen wir den am besten platt? Das können wir nicht. Ah, da haben wir zu wenig für. Aber das kann doch nicht sein. 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 Irgendwie Ausdauer. Noch so eins, ey. Naja, jetzt reicht's mir. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn? Kommen wir da hin? Was ist noch sowas? Da hinten ist auf jeden Fall... Lebensstein. ...Stein. ...Sendung. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Können wir auch abtauchen? Da sind wir doch irgendwie falsch. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Der Köln wird nicht so schwer sein. Es geht auch nicht so schwer. Aber das ist so schwer. Ja, ist doof, wenn man wieder hoch will. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Cut, weil ich muss weg. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, schön kommentieren, liken, teilen, abonnieren, wie ihr wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.